Ein paar Rallys mit der Handkamera und Zoom Madeleine Kanlas ist das. Die hat ihren Titel schon sicher, die ist nämlich Damen und Beklasse und die Einzige und spielt deswegen bei A mit. Gegen Vanessa Bartelt, eher auf verlorenen Posten, auch wenn sie stark spielt, da sind dann doch eventuell ein paar Klassenunterschiede. Bartelt hatte es ja heute auf dem Schläger sogar Ronja Brücher zu schlagen, hat da zwei Sätze schon gewonnen. 2-0, 2-1 geführt oder was weiß ich, um dann doch noch zu verlieren. Das komplette Spiel, Satze 1 bis 5, als Stativaufnahme auf dem Kanal Reinhard Steinbrecher. Super, Brücher, gegen Wattelt. Ja, da wollen wir mal, der lieben Madeleine. Sehr sympathische Jungenane, dem Wunsch erfüllt und kann man alles machen. Geriede Tobias auf Tisch 1.